Ja und somit herzlich willkommen zurück zum Mafia Definitive Edition. Das letzte mal habe ich einen halben Rage Pit gemacht an dieser Stelle hier. Falls es nicht gerade einfach ist. Ähm. Ja nicht gerade einfach ist hier. Ich wollte nicht nachladen. Mit all diesen. Ne jetzt kommt sie einfach von hinten. Ok einsteigen los 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 los. Das war es schon wieder. Ja. Nice. Gut. Alter. Wieso muss. Wieso muss Tommy. Das Auto erst. Aufbrechen wenn die mit diesen Autos ankommen. Schliessen die doch nicht so schnell ab. Junge. Machen. Das ist jetzt auch ganz los. Im Moment. Aber ist doch nicht so schnell ab. Pau. Wie kann ich das auch nicht? Ist es nicht so schnell ab. Ja. Wie kann ich das? Ja. Wie ist es? Wie kann ich das nicht? Irgendwann habe ich auch keine Munition mehr. Ich weiß halt nicht, ob ich durch das ganze Prison wieder durch könnte und den anderen Weg nehmen könnte. Ich glaube nicht. Einen anderen Ausweg gibt es hier auch nicht. Also sie hätten mich Lust gehabt. Lust gehabt. Gutes Deutsch. Ich brauche eine scheiß andere Waffe. Bringt mir gar nichts. Ich könnte natürlich versuchen mich im Prison zu verstecken. Oder helfen mitzunehmen, dass ihr wieder gespawnt habt. Ich weiss natürlich nicht, ob hier noch jemand drin ist. Das ist schon mal eine Sackgasse. Das ist schlecht, aber Munition. No! Natürlich sind hier noch mehr Leute drin. Wahrscheinlich spawnen die auch gleich hier drinnen. Oder ich laufe anderen in die Arme. Oder ich könnte mich vielleicht rausschleichen. Wer weiss. Er ist weg. Zu den Patronen. Wir kommen nächste Mal. Was? Ich bin entkommen? Aber ich bin trotzdem noch hier drinnen. Ja gut. Viel bringt es mir wahrscheinlich auch nicht. Jetzt wieder hier drin zu sein. Ich glaube, ich habe bloß nicht runtergemacht, kann das sein? Yes. Trotzdem muss ich irgendwie hier noch rauskommen. Und das wird nicht einfacher werden. Ich sehe nichts. Leise. Leise. Da sind auf jeden Fall noch Clubs. Die mich suchen. Nicht gerade wenig. Ich kann irgendwo anders raus. Das ist doch echt doof. Also, suchen die mich jetzt noch, wenn ich hier rausgehe? Das ist die grosse Frage. Das sind auf jeden Fall irgendwie noch 5, 6 da. Den übel kann ich auch nicht. Kann ich? Ja. Ich mache ja nichts. Ich nehme dich in. Wenn ich jetzt weglaufe, bin ich tot. Ich könnte, ich könnte führen, dort hinter die Hütte. Go, go, go! Nee. Holy shit. Ich bin am Arsch. Gib mir Munition. Geh, geh, geh. Er ist im Auto. Geh, bevor es weiter geht. Der Weg ist in der Position. Konfirmiert. Einfach fahren. Weisst du, wieso kann man die Scheissdinger gar nicht... Ich werde schon wieder so sterben. Ich muss auf die Brücke kommen. Yo! Really? Really? Ey. Come on. Ich... Sorry. Ich stell die Schwierigkeit etwas runter. Das ist unschaffbar. Wirklich unschaffbar so. Ich ist doch echt beschissen. Hä? Äh... Okay. Weil ich sie im Gefängnis abgehäunt habe. Na gut. Da sag ich nicht nein dazu. Ein schönes Auto. Woher auch immer ich das hab. Okay, ja. Ist jetzt ein bisschen gecheatet. Theoretisch. Aber... Was solls. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Ich lass das jetzt auch so. Weil die Mission ist ja wirklich äh... Un-schaffbar. Im klassischen Spielmodus. Damit... Müsst ihr halt jetzt leben. Und ich auch. Oh shit. Da kann ich die Waffe wegpacken. Ich muss hier schnell weg. Ja gut. So gehts halt auch, ne? Wenn man... Im Prison... Nicht voll zerb hängt. Und dann stirbt. Denkt das Spiel, man hätt's geschafft. Und ja. Ich hab's ja zumindest gesehen. Ich hab's versucht. Ich hab mein Bestes gegeben. Und doch bin ich... ...kläglich geschaltet. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Mich interessiert jetzt, wie's weitergeht. Wenn... Jetzt haben wir ja... ...die nächste Person schon ausgelöscht. Was ist das eigentlich jetzt für ein Auto? Und warum muss ich hier hinfahren? Wir fahren nach Hause. Seit wann haben wir denn ein Haus? Habe ich was verpasst? Naja. Gut. Wahrscheinlich hab ich was verpasst. Wir haben jetzt einfach ein Haus. Statt ne Wohnung. Hm. Auch gut. Hier ist er. Ich habe die Tür... Ich habe die Türbein. Wie war ich es? Ich habe es. Ich habe das. Die Türbein. Ich habe das. igaatsch, dass er das. dreht. Und die 19. Die Türbein wird erinnert. Ich habe das. Und der wohnt. Es ist so, wie es ist. Dieこれer hatte ich mir das. Oh, shit. Herrliche Aussicht. Kapitel abgeschlossen, Wahlkampf. Ja gut, eine Frau, sechs Töchter, schon wieder die nächste Familie, getrennt, ausgelöscht, was auch immer. Es nimmt kein gutes Ende für Tommy, aber mal schauen, wie es weitergeht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.